Unzweideutigkeit. Unzweideutigkeit ist das Substantiv zum Adjektiv zweideutig. Unzweideutig ist das Gegenteil von eindeutig. Eine unzweideutige Ablehnung, eine unzweideutige Erklärung bedeutet, dass es klar und unmissverständlich ist. Und so ist Unzweideutigkeit etwas Klares, etwas Verständliches, etwas Eindeutiges. Weniges im Leben ist wirklich unzweideutig. Von so vielem gibt es auch das Gegenteil, das davon wahr ist. Und so muss man relativ häufig lernen, auch mit Zweideutigkeiten zu leben. Viele Menschen hätten gerne Unzweideutigkeiten. Viele Menschen würden gerne etwas haben, was sehr klar ist. Aber gerade auf dem spirituellen Weg ist wenig wirklich unzweideutig. Vieles kann man auf unterschiedliche Weise deuten.